Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Sie haben um 9 Uhr einen Termin in Alex Peru. Für diesen Termin ist keine Dauer vorgesehen. Um 15 Uhr haben Sie einen Termin im Transster-Konferenz Raum A, um Forschungs- und Entwicklungspläne abzusegnen. Bitte bestätigen Sie zuvor Ihre Anwesenheit. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Sie haben um 9 Uhr einen Termin in Alex Peru. Für diesen Termin ist keine Dauer vorgesehen. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Guten Morgen, Morgan. Sieht aus, als hätten wir ein paar Tests zu erledigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Morgen, Morgan. Dir wird nicht gefallen, was ich dir zu sagen habe. Guten Morgen, Morgan. Guten Morgen, Morgan. Vielen Dank.